Ich nehm euch jetzt einfach mal mit. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Es war wichtig, dass wir nach dem Eurocup, den wir gespielt haben, wieder zurückkommen. Dabei natürlich Saloui jetzt gefunden ist Fressen, sag ich mal. Definitiv, ja. Letzte Woche das Spiel 1. Mike Luhr auf dem Mountain ist starke Leistung gezeigt. Da möchte man heute dran anknüpfen, oder? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ganz wichtiger Sieg. Aber die Hütte voll? Oh, die Hütte unsere, volles Haus, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Alles machen wir voll hier. You can build on your solid pitching, a strong offense. Regensburg pitching has done well in the quarterfinals and generally through the season. Es wird schon ein tolles Gefühl für euch. Ja, definitiv. Du hast gesagt, es ist gut. Es fühlt sich gut an. So, jetzt ergänzt Heidenheim Heideköpfe. Super Stimmung wird es auf jeden Fall geben heute Nachmittag. Freut man sich einfach drauf als Spieler, oder? Ja, natürlich. Wir freuen uns drauf. Und wir mögen unsere Chancen auf jeden Fall. Ihr habt Spiel 1 und 3 gewonnen in der Serie. Habt euch das 2-2 gearbeitet. Ihr hattet letzte Woche einen Matchball im Spiel 4. Jetzt wieder zurück in Heidenheim. Ihr seid vor zwei Wochen gut in die Serie reingekommen. Müsst ihr einfach dran anknüpfen wieder. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, das Spiel 4 zu Hause und die Serie zu Hause zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, die jetzt auch den Tabellenführer zweimal geschlagen haben, dann so am Ende dastehen als Sieger. Hey! Macht natürlich. Ich sehe nichts. Ja, genau, besser könnte ich es nicht sagen. Gute Team-Leistung und froh. Was ist das? Keine Ahnung. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe heute ja mein Debüt gefeiert. Ja, aber stark. Viel Erfolg. Nächste Woche steht der Buchbindercup an. Ja, geht weiter. Nächste Woche der Buchbindercup. Wie schätzt du eure Chancen ein? Wir haben Heidenheim, Bonn und die Untouchables Paderborn zu Gast. Ja, äh, relativ gut eigentlich. Ich sehe noch nichts. Ähm, ja, wir werden es sehen. Jetzt sehe ich auch wieder was. Sind natürlich alle ziemlich aufgeregt. Sitzen die Haare. Wichtigste Frage. wolves hinburg. Das sieht gut aus.